Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Rezept mit mir. Schön, dass ihr da seid und auch an alle neuen Zuschauer hier auf meinem Kochkanal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr habt mich höchstwahrscheinlich letzte Woche bei dem perfekten Dinner in München gesehen und mich hier gefunden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll, dass ihr da seid. Über das perfekte Dinner werde ich auch ein Video machen und zwar nächste Woche, in dem ich mal alles so dokumentieren und kommentieren werde. Denn es gab ja wirklich fiese Kommentare, aber es sind auch ganz viele tolle Sachen passiert. Also es wird auf jeden Fall spannend, ich habe echt viel zu erzählen. Heute aber jetzt erstmal zu einem Rezept. Wir backen heute zusammen, wir machen nämlich heute Heidelbeermuffins. Die sind total lecker, total fluffig und bald ist ja auch Valentinstag und vielleicht ist das ja auch eine süße, nette Idee für eure Liebsten. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran und am Schluss probieren wir die Muffins auch. Auf geht's! Für die Heidelbeermuffins brauchen wir 275 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker, 250 Milliliter Buttermilch, 200 Gramm Heidelbeeren, ein Päckchen Vanillezucker, 4 Teelöffel Backpulver, ein Ei und 100 Gramm Butter. Als erstes gebt ihr einfach das Backpulver ins Mehl, anschließend dann den Vanillezucker in den Zucker und dann könnt ihr euch eine große Schüssel nehmen, das Ei da reingeben und dann kurz verkürmen. Jetzt könnt ihr den Zucker dazu geben, die Butter und die Buttermilch. Und das Ganze jetzt kurz und kräftig rühren. Wenn die Butterstückchen jetzt noch nicht ganz aufgelöst sind, dann ist das nicht so schlimm. Dann gebt ihr das Mehl hinzu und dann könnt ihr weitermixen, bis das Ganze eine schöne geschmeidige Masse wird. Jetzt könnt ihr die Heidelbeeren einfach dazugeben und dann schön unterheben. Aber sehr langsam, damit die Heidelbeeren auch nicht kaputt gehen, denn sonst ist unsere Masse blau. Jetzt brauchen wir 12 Papierbackförmchen und eine Muffinform und dann geben wir die Förmchen einfach da rein. Und jetzt könnt ihr auch schon die Teigmasse in die Papierbackförmchen geben und zwar bis oben hin. Ein bisschen Rand könnt ihr freilassen, aber es kann schon voll sein. Und das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 175 Grad auf Umluft für ungefähr 25 bis 30 Minuten. Nach der Backzeit sind die Muffins endlich fertig und ich sag euch was, die sehen nicht nur super aus, die riechen auch total lecker. Und die lasst ihr jetzt am besten noch 5 bis 10 Minuten auskühlen und dann könnt ihr sie mit Puderzucker bestreuen. Und so sehen unsere wunderbaren, fertigen Heidelbeeren-Muffins jetzt aus. So ihr Lieben, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Hier sind sie, unsere Blaubeer-Muffins. Die sind total süß anzuschauen und wir probieren die jetzt zusammen. So, aber erstens, die Blaubeere schmeckt sehr lecker. Mh, total lecker. Die schmecken total super. Die sind wirklich nicht zu süß und auch richtig fluffig und einfach richtig saftig. Probiert diese Muffins auf jeden Fall aus. Es lohnt sich. Es ist wirklich total lecker. Und wenn ihr sie nachmacht, dann schickt mir doch bitte ein Foto auf meine Facebook-Seite von euren Muffins oder auf Instagram. Oder kommentiert einfach hier unten in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Hoffentlich bis bald und tschüss. Bis bald und tschüss.